Hallo Leute, was geht ab, na? Nicht das Video bewerten, ohne es vorher gesehen zu haben. Die Frage, stört euch dieses Gameplay von GTA 5 hier? Wenn ja, dann gebt einen Daumen runter. Wenn nein, gebt einen Daumen hoch. Also hier auf Nostarafortz das Gameplay meine ich natürlich, wenn wir da ab und zu mal was hochladen, aber wie auch immer. Gucken wir doch mal. Ich habe gerade diesen Triathlon hier gemacht. Und hab da irgendwie gewonnen und so. Und jetzt schauen wir doch mal. Hier, Freunde, bla bla bla. Global, global, wer ist denn da ganz oben? Wer ist denn da erster Platz? Ich, mit einer halben Minute schneller als der Rest. Jawoll. Gut, da ist es kurz mit mir durchgegangen, das tut mir leid. Jo, hier mein Account und so. Und mein Account und so. Ja, schlag diese übelste Atzenzeit und ihr bekommt Keks oder so. Ansonsten, ja, lasst die Bewertung da. Ansonsten, verdränke ich glatt. Da, 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 da.